Hey ihr da habt ihr schon mal gehört? Politik hat mit mir rein gar nichts zu tun. Ist saulangweilig. Ich kann eh nichts ändern. Wieso sollte ich mich da einmischen? Und Politikerinnen machen sowieso was sie wollen. Und wie sie es wollen. Bist du dir sicher, dass es stimmt? Überleg mal wo du überall mitbestimmen kannst. Freizeit, zuhause, in der Schule. Okay passt schon, aber es geht mich trotzdem nichts an. Aber wenn wir uns nicht für Politik interessieren, ist sie trotzdem Teil unseres Lebens. Was? Wie soll das gehen? Überleg einmal, gibt es überhaupt einen Bereich, der nichts mit Politik zu tun hat? Zum Beispiel Schule, Freizeit. Alles hat mit Politik zu tun. Wenn ich mit meinen Freunden im Park chille, hat das nichts mit Politik zu tun. Rein gar nichts. Aber überleg mal, ob es einen Park gibt und wir überhaupt dahin dürfen. Das ist nicht alles selbstverständlich. Wer regelt das alles? Es geht sogar noch weiter. Auch wenn du nichts suchst, beeinflusst du die Situation, in der du dich gerade befindest. Zum Beispiel, jemand zerstört den Park absichtlich und du bist in der Gegend und du machst nichts, zeigst du damit, dass du einverstanden bist. Ja, ja, hab schon verstanden. Du unterstützt sogar schon, wenn du nichts machst. Also sag mal, warum ist mitbestimmen so wichtig? Alles hat eigentlich mit Politik zu tun. Es beeinflusst mein Leben, auch das der andere. Es kommt also darauf an, ob wir mitbestimmen oder nicht. Also, ja, das können wir beim Hip-Hop-Fancing machen. Sagt eure Namen.